Mache die Tore weit Mache die Tore weit Mache die Tore weit Und die Türen in der Welt hoch Mache die Türen in der Welt hoch Lass der König der Ehre einziehe Lass der König einziehe Lass der König der Ehre einziehe Lass der König der Ehre einziehe Wer ist der König der Ehre? Wer ist dieser König der Ehre? Wer ist der Herr? Der König der Ehre Es ist der Herr Der König der Ehre Es ist der Herr Der König der Ehre Mache die Tore Mache die Tore weit 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 Wer ist es, der da kommt? Auf wen wartet ihr? Von wem singt ihr? Es ist Jesus, Gottes Sohn, Retter dieser Welt. Auf ihn warten wir. Ist es nicht eine Anmaßung zu glauben, dass er kommt? Er wird einmal wiederkommen. Damals, am Anfang unserer Zeitrechnung, kam er als kleines Kind zur Welt. Genauso, wie es die Propheten vorhergesagt haben. Kann das nicht ein Zufall gewesen sein? Nein. Viele Ereignisse der Bibel wurden vorhergesagt. Auch der Einzug Jesu in Jerusalem wurde ungefähr 520 Jahre vorher von den Propheten angekündigt.